Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin hier nur runtergelaufen. Und wieder dort. Seht ihr, wie schnell man tot ist hier? Das ist eine Scheiße. Fiese Drecksfiecher. Das sind Mistfiecher. Alter, das geht nicht. Das ist ein Mistfiecher. 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 Ich hatte vor uns mal unglaublich viel Medipacks verschwindet. Also zehn Stück oder so sind das für Ballard. Das ist ein Mistfiecher. Ja, natürlich werde ich aufgespießt. Alter. Das ist ein Mistfiecher. Ich speichere so häufig wie ich will. Nächster. Du brauchst das jetzt endlich mal. Sehr schön. Ja, warum schiebe ich hier so einen Hass? Weil das einfach übertrieben ist. Es ist übertrieben. Es sind sinnlos viele Gegner. Sinnlos. Das regt mich auf. Das war schon bei der Reboot Reihe. War das auch schon so. Das ist einfach zum Teil wirklich einfach nur übertrieben. Ich sage mir dann immer, muss das denn sein? Muss man hier 30 Gegner hinstellen? Das ist so nervig zum Teil. Ich nehme jetzt mal eine Fackel. Gut, da geht der Raum da hinten auf. Ich will hier trotzdem nochmal gucken, ob hier irgendwas noch liegt. Ich glaube es ist genauso ein furchtbares Level wie der Temple des Xiang. Finde ich. Es ist genauso schlimm. Es sind so sinnlos so viele Gegner, dass es dann auch den Spaß zum Bild nimmt. Finde ich. Ist einfach so. So, wo kommen wir denn jetzt hin? Ah, jetzt sind wir wieder oben. Naja. Hassgegner habe ich auf alle Fälle in diesem Spiel gefunden. Ja. Das sind so meine Hassgegner hier. Ganz klare Sache. So, hier. Von hier ist mehr gekommen. Dann geht es jetzt hier rein. Mhm. Okay. Dann klettern wir mal hier hoch. Dann wird mal ein bisschen geklettert. Warte mal. Wie war denn das jetzt hier mit dem Spring? Nein. Das war alles falsch. Das war alles falsch. Ja. Wie? 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 Das ist jetzt hier. Wie? 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 Kann man sich... Achso, mit der Kamera, ne? Genau, mit der Kamera muss man sich drehen. Okay, jetzt geht es hier rüber. Genau, natürlich... Achso, warte mal. Ich kann jetzt nicht drehen. Scheiße. Ich kann nicht drehen. Ich kann nicht drehen. Ich erkenne auf alle Fälle in der Szene wieder hier. Deswegen müssen wir jetzt hier mal speichern, weil hier ist nämlich gleich das letzte Geheimnis. Wir sind da hinten rein. Wir müssen aber da rein. Okay, dann vergeben wir das nochmal darüber. Oh, okay. Ich habe eine Idee, wie wir da hinkommen. Das war knapp. So, wir haben das letzte Geheimnis gefunden, Leute. Warte mal, wir machen nochmal eine Fackel an. Alter, das war eh auch ein... Also der Anfang des Levels ging ja noch, ne? Aber... ganz ehrlich... Furchtbares Level. Furchtbar. Furchtbar. Sehr schön. Haufen Granaten bekommen. Wofür wir die wohl brauchen, ne? Wofür brauchen wir die ganzen Granaten? Ja, also wie gesagt, es ist ein... Ich finde dieses Level nicht schön. Okay, ich sehe es schon. Speichern. Wir sind da hinten hin. So. Furchtbar. So. Woher werden die Felder hochkommen? Um... Das war's für heute. So... Furchtbar ins Level. Neun Medi-Packs. Alter, wir haben alles geschafft. Wir haben alle Geheimnisse gefunden. Jetzt kommt das letzte Level, Leute. Da gibt es keine Geheimnisse. Da gibt es keine Geheimnisse. Und ich würde sagen, ich beende hier die Folge, denn... Wir machen das Level hier in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst einen Daumen nach oben da, Abo hinterlassen und Glocke aktivieren. Vielen Dank.